Hallo, mein Name ist Nicole Tognuti und ich bin seit 2017 Lehrtherapeutin hier am FPZ Klagenfurt in dem Bereich Kraniosakrale Osteopathie. Ich unterrichte den Supervisionskurs, das ist der dritte Kurs der Erwachsenenausbildung, wo wir noch einmal die Möglichkeit haben, alle bisher gelernten Techniken zu wiederholen, eure Fragen und Antworten, auf eure Fragen Antworten zu bekommen und einfach praktische Beispiele anhand von Krankheitsbildern und Verknüpfungen zu strukturellen und viszeralen Techniken noch einmal herzustellen. Es ist der letzte Kurs vor der Prüfung, das heißt, wir legen sehr viel Wert darauf, dass eure Griffe wirklich passen, damit ihr das gesamte Konzept auch optimal in der Praxis anwenden könnt. Ich würde mich freuen, viele von euch in der Zukunft zu sehen und wünsche euch viel Spaß bei der Arbeit.